Musik Ja, sitzen Sie momentan auch zu Hause im Homeoffice oder die Kinder sind nicht in der Schule und müssen viele, viele Stunden lang zu Hause arbeiten und irgendwo vermisst man dann doch auch den professionellen Bürostuhl oder die schönen Stühle in der Schule. Ja und gerade beim Thema Homeoffice ist es wichtiger denn je, denn das Arbeiten von zu Hause soll uns natürlich gut gelingen. Da gibt es ganz nützliche Helfer und darüber hat auch Chip365 berichtet und das schauen wir uns gerne auch mal zusammen an. Arbeiten von zu Hause, zehn Dinge, die im Homeoffice helfen. Die Dinge, die Sie vielleicht aus dem Büro kennen, sind jetzt zu Hause nicht mehr zugänglich. Ihnen fehlt ein richtiger Arbeitsplatz und auch mit der Konzentration kann es schwer sein. Gemütlich sitzen mit Gesäßkissen. Wer den ganzen Tag im Homeoffice sitzt, hat am Abend meist Rückenschmerzen. Häufig liegt das daran, dass zu Hause kein teurer orthopädischer Bürostuhl vorhanden ist, was deutlich günstiger ist und dennoch Abhilfe schaffen kann. Bei Schmerzen ist ein orthopädisches Sitzkissen. Durch die besondere Form und die Memory Foam Technologie wird Ihr Rücken optimal entlastet und auch ohne Bürostuhl. Und wenn Sie jetzt gerade sagen, oh ja, das ist das, was ich brauche, wo bekomme ich das? Natürlich bei uns. Bei uns haben wir das New Gen Medicals ergonomische Memory Foam Sitzkissen. Wir sehen es hier bei Diana. Das ist also speziell geformt, um eben optimal zu sitzen. Das können Sie natürlich am Schreibtisch, gerade jetzt im Homeoffice ist es ja sehr wichtig, aber sogar im Auto oder egal, wo Sie länger sitzen, können Sie dieses Memory Foam Sitzkissen anwenden. Es entlastet sehr den Rücken, das Steißbein und die Beine und kann da wirklich helfen, dass Sie entspannter sitzen, dass Sie entspannter arbeiten und vor allem ergonomisch richtig sitzen. Das heißt, Sie bekommen keine Rückenschmerzen, keine Steißbeinschmerzen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Sitzkissen, um eben gerade zu sitzen. Wir sehen das hier bei Diana. Sie haben das vorher gesehen, wie sie ohne Sitzkissen gesessen hat. Mit Sitzkissen sitzt man ganz automatisch mit einem geraden Rücken. Die Beine haben die optimale Haltung, den optimalen Winkel. Und das merkt man, wenn man mal länger irgendwo sitzen muss. Der Bezug ist natürlich waschbar bei 40 Grad und es ist auch nicht groß, 44 mal 12 mal 35 Zentimeter. Das heißt, Sie können das sogar ins Auto mitnehmen und da vielleicht nicht nur für sich selber, sondern vielleicht auch für den Beifahrer oder die Leute, die hinten im Auto sitzen, wenn Sie mit mehreren Leuten fahren. Zu dem Preis ist das wirklich, wirklich sinnvoll. Und Sie werden merken, da ist ein Riesenunterschied, weil das kennt man. Wenn man eben, kennst du auch, wenn man am Schreibtisch sitzt länger und man sitzt irgendwie, man versucht sich anfangs noch gut hinzusetzen, aber spätestens nach einer halben Stunde sitzt man vorn übergebeugt. Eventuell muss man noch näher am Monitor ran und sich ständig dabei bewegen. Mit dem Sitzkissen ist das vorbei. Das ist ein Memory-Form. Das heißt, er wird immer seine Form behalten und passt sich automatisch Ihrem Körper an. Das ist ganz hochwertiges Material. Wie gesagt, es ist waschbar und es kann Ihren Rücken, Ihr Steißbein und Ihre Beine deutlich entlasten. Sie sehen, wie das Diana genießt, jetzt auch gerade zu sitzen und eben daran zu arbeiten. Das ist ein ganz großer Unterschied. Chip hat das ja auch gesagt. Ich kann das wirklich nur unterstützen, man merkt das, ob man in einem Bürostuhl sitzt oder ob man auf einem Hocker zu Hause sitzt oder einem ganz normalen Stuhl, wie wir ihn hier jetzt im Studio haben. Da kriegt man mit der Zeit Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und dagegen hilft eben unser Memory-Form-Sitzkissen mit waschbarem Bezug. Ganz wichtig, es ist halt ein wirklich guter Gegenstand, um an seiner Haltung zu arbeiten und um in der optimalen Haltung zu sitzen. Schauen Sie mal, wie gerade der Rücken von Diana da ist. Das ist ganz automatisch. Das macht sie nicht mit Absicht. Und das ist ein Stuhl, der gar nicht ergonomisch normal ist. Und durch dieses Sitzkissen sitzt man eben automatisch richtig. Du kennst das auch, wenn wir morgens unsere Anweisungen kriegen, unseren Plan kriegen für den Tag. Da sitzt man erstmal eine Stunde am Schreibtisch, schreibt sich alles zusammen auf diese Karten und dann merkt man das nachher Zeit im Rücken. Und mit diesem Memory-Form-Sitzkissen sind diese Zeiten eben passé, weil man ganz automatisch richtig sitzt. Und es ist sehr bequem. Das ist sehr bequem, schreiben uns auch ganz viele Kunden. Der Rainer aus Elsdorf schreibt, entlastet beim langen Sitzen am PC. Waltraud aus Fürstenau schreibt, super geeignet für die Nutzung beim Autofahren, wenn man Probleme im Bereich des Beckens oder der Hüfte oder des Steißharts. Oder auch Anne aus Lörach schreibt, eine ideale Ergänzung für lange Homeoffice-Sitzungen. Falls der Bürostuhl nicht perfekt ist, auch für lange Autofahrten, ist die Unterlage einfach perfekt. Und das zum kleinen Preis von 21,84 Euro. Das ist optimal zur Entlastung ihres Rückens, wenn sie zu lange sitzen. Eine Freundin von mir, die ist seit drei Monaten jetzt im Homeoffice, die ganze Familie ist zu Hause. Die sitzt inzwischen in der Küche auf einem alten Holzstuhl und muss dort ihre Büroarbeit machen. Die sagt auch immer wieder, das ist so unangenehm. Aber ich kann mir gut vorstellen, mit diesem kleinen Kissen ist das genau die richtige Hilfe, die Sie hier bekommen können. Ganz tollen Sitzkomfort, den Sie sich nach Hause holen können mit der Bestellnummer der NX 3937 und der 569. Sichern Sie sich hier unseren TV-Sonderpreis von 21,84 Euro. Exklusiv natürlich wieder nur für Sie als Perl-TV-Zuschauer gerne natürlich auch mehrfach zugreifen, damit Sie sich diese Chance einmal sichern. Und wenn Sie dann vielleicht aber auch noch nicht mehr frieren möchten, dann kommt natürlich unser elektrischer Heizgürtel genau richtig. Genau, wir haben diesen von Wilson Gabor elektrischen Heizgürtel und ich will Ihnen das mal demonstrieren hier. Der hat hier einen Klettverschluss und ist variabel einstellbar bis zu einem Umfang von 125 Zentimeter. Das reicht für mich, das reicht für dich, das geht für Diana. Also variabel einstellbar, ganz variabel einstellbar. Er ist waschbar, das ist das Tolle. Sie brauchen hier einfach nur den Stecker abzuziehen. Und schon können Sie das komplett so in die Waschmaschine stecken. Es hat eine Fernbedienung, kann man sagen, womit Sie hier drei Hitzegrade einstellen können, stufenlos hier. Es hat eine Abschaltautomatik nach 90 Minuten, falls Sie vergessen, das anzulassen, schaltet es sich nach 90 Minuten automatisch ab. Der Hauptvorteil hiervon ist natürlich, oder der Hauptsinn dieses Gürtels ist, dass er Hitze bringt. Und zwar haben wir hier hinten drin eine kleine Heizung. Das bedeutet, da wird richtig durchgeheizt Ihr Rücken oder Ihr Bauch, je nachdem, wie rum Sie das drauf machen. Das ist also ein Bauch- und Rückenwärmer. Es hat 100 Watt und wie gesagt, diese drei Heizstufen, wenn Ihnen am Rücken oft kalt ist oder überhaupt, um das ein bisschen mal zu entspannen und durchbluten. Es ist so ein bisschen Wellness dabei, aber eben vor allem ein großer Wohlfühlfaktor. Sie sehen, wie einfach das eben anzulegen ist. Einfach mit den Kleckverschlüssen und dann kann man eben an der Seite, haben wir diese Fernbedienung an dem Kabel, mit der wir eben die drei Stufen ganz problemlos einstellen können. Und er ist komplett waschbar. Es ist ein Bauch- und Rückenwärmer. Das heißt, wenn Sie es so rumsetzen, wie jetzt Diana macht, haben wir es für den Rücken und die Nieren. Das ist wirklich sehr entspannend. Und wenn Sie es nach vorne drehen, haben Sie eben das Gleiche für den Bauch. Wenn Sie, es ist wie eine Wärmflasche, kann man schon fast sagen. Wenn Sie leichte Bauchschmerzen haben, können Sie das damit eben auch behandeln und wirklich ein ganz, ganz tolles Gerät, was auch jeder in seinem Haushalt haben sollte. Und für den Preis kann man auch wieder nichts falsch machen. Das ist eben unser Geschenk oder unser Deal für Sie. Gerade auch, wenn man jetzt im Homeoffice ohne Bewegung lange sitzt, kann man eben damit ein bisschen für Durchblütung sorgen und den Rücken auch entspannen. Das kann wirklich dazu beitragen, dass Sie sich besser fühlen. Da sehen wir es mal für den Bauch, ganz genau, Diana. Das ist wirklich ein sehr entspannendes Wärme, die da kommt und eben auch die Durchblutung fördert. Und die ganze Muskulatur wird davon entspannt. Ein wirklich, wirklich sehr angenehm zu tragendes Gerät. Ist auch sehr kleidsam an, Diana. Und wie gesagt, es ist komplett waschbar. Es wird ewig halten und es ist sehr einfach zu bedienen durch diese dreistufige, kabelgebundene Fernbedienung. Ja, kleiner Preis, 19,94 Euro. Damit machen Sie natürlich alles genau richtig mit der Bestellnummer der NX 74, 52 und der 569. Und ob es jetzt unser ergonomisches Memory Foam Sitzkissen ist oder ob Sie sich vielleicht noch zusätzlich eine ganz tolle Wärme mit nach Hause holen wollen. Wir hoffen alle, dass bald die Homeoffice- und Homeschooling-Zeit vorbei ist. Aber solange die Zeit noch ist, machen wir es uns daheim richtig schön gemütlich und trotzdem professionell. Denn mit diesen zwei Helfern können auch Sie die Homeoffice-Zeit gut überstehen.